willkommen liebe leute zu einem heutigen opening eine lucario vista box eine belektro box und ein blister astral glanz aufgeht so eine kleine zusammenfassung im dreier blister eine evoli karte und evoli münze gedamaged in der belektro box gab es die belektro wie die xl und die wuli karte sowie vier booster gute ausfall strahlende stelle schaurige und drachemandel und die lucario vbox einfach krass eine xl vista eine normale vista eine vlucario ein pin ein vista token und auswahl an boostern zwei drachen und zwei sterne und einmal fusionsangriff und ich würde sagen los geht's und wir starten mit astral glanz so arschuft hieß wie wollte manntags teddy usa scaraborn damit ihr und ein reggae steel non holo sehr schön kann besser sein aber ja nächstes pack so was haben wir hier ein klebtifuchs und lilminip und baldorfisch und quickel alter ein pfiffchen und diam und ein mammutel so wo ist das von diesem zeichner shinji konda 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 so und das letzte astral glanz hut hut otaro baldorfisch baut ich schaff das nicht nochmal baldorfisch doppel baldorfisch ah ok zweimal hisui einfach mal andere artwork ok taiso und regirock das blister hat uns nicht gegönnt macht nichts auf geht zu der belektro box das ist diese seite wir starten mit namens schaurige herrschaft starten klop topus goldbit lady bar formio 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 und kobalium holo nice eine holo immerhin So, dann machen wir Drachenwandlauf. Und Hypototas, und Lithomite, Entschuldigung, Libiskus, und Wohingenau, und Voltilam, und Lilminib, und Entropius, Non-Holographic, so, jetzt haben wir noch Zerstrahlende Sterne von der Belektrobox. So, dann, Porenta, Zwirlicht, Slimer, Scheinux, Bidiza, Roxannas Backup, und, wow, Arcus Vista, nice. Okay, sehr schön, die gefällt mir gut, so, weiter geht's, und das letzte, Strahlende Sterne aus der Belektrobox, Knacklion, Formio, Chiotesto, Knilz, Plinfa, Knilz, Burmadame, und nichts, okay, ein Hit, immerhin, so, und jetzt zu Locario Vista Box, allein die Promos sind schon wunderschön, und wir starten mit Fusion Strike, oder? Natürlich. Na, heute kann ich's. Wow. So. Ein Gala-Mauzi, ein Cotini, ein Sodamac, ein Eboli, ein Scheinux, ein Sablalek, und ein Arcani. Dann machen wir weiter, ein Strahlende Sterne. So. Nasgnet, Hokumil, Petsnif, Dedene, Porenta, Nasgnet, und Luxtra. Dann machen wir jetzt ein Drachenmantel. So. Kindwurm, Irbis, Tentacher, Emolga, Yorclef, oh mein Gott, Eboli, und ein Cotomi-Holo. So, so, die letzten zwei Booster. Strahlende Sterne. Ein Banger wäre jetzt noch hübsch. Pipi, Laukaps, Kikugi, Caradonis, Krebskorps, Staralili, und Mutterbell. Und Drachenmantel. Das gönnt uns jetzt aber. Ich glaube, das herz der Karten. Cotini, Flecknoil, Emolga, Loturzel, eins übersprungen, Geronimatz, Flabebe und Tengulist. Die Ausbeute war sehr schwach, aber diese Karten sind einfach geil, diese Promos. Ciao, Leute.